Hallo Leute, da bin ich wieder mit einer neuen Folge von Dragon Quest Builders 2. Ja, wir wollen jetzt hier rüberfliegen. Okay. Okay. So, Zeit für eine Prügelei. Ah, ich bring euch um. Nein! Alter! Nee, ernsthaft, diese Giftnadel ist echt genial. Die kann ich echt empfehlen. Äh, er ist so richtig armselig. Das ist wahrscheinlich das Licht, wo ich hin muss. Naja, checken wir es doch mal ab, ne? Ja? 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 Okay. Das heißt, ich soll jetzt... Na ja, geschwärzte Rinde wird's ja wohl nicht sein, oder? Das hier sieht richtig aus. Ne, doch nicht. Ja zwar. Das war's für heute. Den check ich irgendwie nicht Oder ist es das? Naja, ist verdorbene Erde Häh? Was ist passiert? Jep! Jep! Ist das denn irgendwie erkennbar? Au! Hab ich ihn gerade runtergeschmissen? Das war jetzt nicht mit Absicht, Myroth, ey! Da ist noch ein bisschen was... Was? Was? Häh? Ahhhh Okay, ein bisschen was haben wir jetzt schon gefunden. Oh! Okay. Es ist gar nicht so leicht, den ganzen Scheiß zu finden. Vor allem ein bisschen was fehlt mir noch. Oh! Oh! ... Ey, irgendwo muss doch hier dieser Ausgang, oder der Rest sein, eher gesagt Ausgang suche ich ja gar nicht Ach da! Gut, jetzt sollte ich alles haben, muss hier nur noch runterkommen So So Alter, das war jetzt ein Krampf So 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 Oh. Oh. Hm. Okay. Das erlebt man auch nicht oft, dass sich jemand bedankt dafür, dass man ihn kaputt macht. Hey! Okay. Das wird jetzt echt ätzend, das Ding zu bauen, Junge. Ey, alter Schwede. Oh, ja, schiebt wieder alles auf mich. Hier sind eigentlich meine ganzen Pflanzen hier auch wieder verdorrt. Ne, die sind noch gut. Geil. Okay. Äh. Hä? Ich verstehe gar nicht, wie ich anfangen soll zu bauen. Ah, okay. Okay. So, erstmal hier Aufgabe. Ja. Ich habe schon mit dem kleinen Projekt ein Problem, ey. Okay. Gut. Das... Aber jetzt geht mir nicht alle auf den Sack hier. Okay. Okay. Ich brauche Holztreppen. Und davon sogar eine ganze Menge, wenn ich das richtig sehe. Davon brauche ich was. So. So. Okay. Okay. Brauche ich noch etwas dafür? Scheint nicht so. Okay. Dann fangen wir mal an. Das ist etwas zu tun. Also... Oder hier nicht mit Weichholz. Mit dem Kernholz auch nicht. Die Blätter auch nicht. Die habe ich noch nicht mal, ne? Ich versuche mal mit den Holzstufen anzufangen. Erstmal muss ich meine Tasche aufmachen. Okay, ich brauche normale Rinde, ja? Da habe ich doch bei weitem zu wenig. Oh, heilige Makrele, ey. Ja, das scheint dann hier hinzukommen. Hä? Warum kann ich das da nicht hinstellen? Oh lol, muss ich jetzt wirklich immer diesen Mist da unten hinbauen? Wie hoch muss denn diese Treppe? Okay, jetzt brauche ich noch einen, aber ein Stück nach links versetzt. Okay. Okay. Gut, gut, gut. So. Wieder ein Stück weiter. Jetzt brauche ich, was ist das? Das ist Rinde. Da ist es falsch. Okay. Ich brauche da jetzt sogar noch einen von. Ne, da brauche ich ihn nicht. Da auch nicht. Da. Okay. Kann man auch irgendwie... Ach so. Okay. Auf der anderen Seite, hier soll auch eine Treppe hin. Oh, Junge. Gut, dann brauche ich hier jetzt nur noch die Rinde. Und zwar auf allem, was weiß ist. Alter. So einen hässlichen Baum zu bauen, ne? Yes. Oh, Junge. Hey. Oh, Junge. Oh, cool! Ah, na toll! Boah Okay, eine neue Anleitung Starke Arznei, das ist gut Das ist aber auch echt kacke, dass die Dinger mitten auf dem Feld auftauchen Das ist gut Okay, ich hab jetzt eine Foulspore gesehen Ist das nur die eine? Na dann bauen wir die doch mal zu Ja, das ist jetzt auch richtig kacke gemacht Ja, was sollte ich denn machen? Ja, das ist gut Ja, das ist gut Ja, das ist gut Ja, das scheint es dann aber auch wirklich gewesen zu sein Oh gut, dann baue ich jetzt weiter Okay Kann ich Rinde bauen Wahrscheinlich nicht Na ja Leute An dieser Stelle beende ich auf jeden Fall den Part Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß Tschau Tschau Mh 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 Untertitelung des ZDF, 2020